11. Oktober 1899 zur Bändigung des Produkts. Noch vor der Initierung des Vorgangs wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedriger Dosen eines Laudanum Derivats an. Dies bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe schleifen, denn so geraten sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Dieser Förderungsbandabschnitt ist gummibeschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophonen und einfachen akustischen Verstärkerröhren um die Reihe herum die Beruhigung des Produkts mittels Musik ermöglicht. De Bussi erachten wir diesbezüglich als besonders effizient. Ja, ich muss ja ehrlich zugeben, ich blicke hier nicht so ganz durch bei den Texten, aber bei der Story auch noch nicht ganz. Warnung, Treibstoffpumpen, Flüchtige, Flüchtige, Flüchtige wollte ich lesen, Flüchtige Chemikalien. Diese Materialien sind höchst ätzend, also total langweilig. Schutzkleidung ist Vorschrift. So, jetzt nochmal auf Englisch. Warning, nein, natürlich nicht. Schutzkleidung, ja, wir gehen natürlich ohne Schutzkleidung dahin und da. Oh, das sind Schweine, Schweinekadaver. Hallo, okay. Boah, ich freue mich über jede Türe, die geschlossen ist. Ja, ich glaube, jetzt gehen wir wirklich in den Untergrund. Was der sich hier gebaut hat, überall Blutflecken? Ja. Oh nein. Oh nein. Ah. Sorry. Ich habe es nur gemacht, weil ich es kann. Okay, alles zu. Ich glaube, ja, wir müssen... Die Musik ist so fies, einfach. Die Soundkulisse ist der Wahnsinn. Oh Gott. Oh nö. Oh nö, jetzt kommen wir nicht ins Schlachthaus, oder? Oh nein. So, für alle Tierliebhaber, jetzt bitte einmal wegschalten. Ich glaube, ich werde hier einfach so einen Text einblenden, oder so. Bei dem nächsten Piepton, piep, könnt ihr dann wieder einschalten. Na, okay. Es ist zu viel. Ei, ei, ei. Okay. Wieder drei Ratten? Warum sind das immer genau drei Ratten? 18. 28. September 1899. Stellt euch vor, sagten sie. Eines Tages wird eine Maschine wie ein Mensch denken können, sagten sie. Als ob das wünschenswert wäre. Fast könnte man damit prahlen, einen Menschen geschaffen zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt. Männer und Frauen auf allen Vieren, die sich gedankenlos paaren und ihre schmutzigen kleinen Sperma Sendschreiben auf die Straße ejakulieren. Die Gassen und Gossen quellen fast über vom stumpfsinnig verspritzten Produkt ihrer Vereinigung. Die Luft schwer mit ihrem lustvollen Gewimmer, Körper überströmt mit ihren eigenen Absonderungen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass sie Passanten mit ihrem Samen besprühen. Und dennoch ist dies der Zustand, den, was Babbage anstrebte. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellungen. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein. Und wir würden vor ihm auf die Knie fallen und ihm huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten und zum Unzuchttreiben schaffen. Vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und uns zu befreien. Ich lehne Babbage ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in der Gosse kopulieren, wie sie möchten. Denn schon bald werden wir sie uns greifen und ihnen ihre Himmelfahrt erleichtern. Eieiei, das wird ja immer anstrengender hier. Wir sind auf jeden Fall jetzt irgendwo hier sehr nah an der Schweinemaschine. Aber wir waren ja auch Metzger früher. Kann natürlich auch hier unser alter Betrieb sein, der dann hier in den Keller führt zur Maschine der Schweine. Okay, jetzt gehen wir wirklich durch die Gassen von London. Hätte ich ja nicht gedacht. So, Moment. Ich schaue nochmal, ob es hier noch irgendetwas gibt. Fässer, Kisten, irgendwelche Säcke. Nicht, dass wir noch den Jack the Ripper hier treffen. Ich glaube, der lebt da auch irgendwie um diese Zeit rum. Dass er uns noch aufschlitzt. Aber ich glaube, der hat meines Erachtens nur Frauen getötet. Nicht, dass es besser wäre, aber... Cool. Das ist die Industrialisierung im Jahre 1899 in England, in London. Und die Straßen sind leer gefegt. Fast zu leer. Lieferplan. Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man uns zur Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehene Funktion erfüllt. Diese verfluchten, neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Gauls, bevor ihnen ihr stinkendes Benzin ausgeht. Okay, cool, ich komme auch. Ja, okay, die Autos waren 1899 wahrscheinlich schon nicht ganz so weit entwickelt. Ja, wenn die Leute wüssten, wie das heute wäre, hätten die mal in die Zukunft geschaut, was heute so über die Straßen läuft. Was? Da sind die Kinder wieder. Wie lange wir die jetzt schon verfolgen? St. Dunstans Church oder Kirche? Ähm, ich gucke mal ganz kurz, aber ich glaube, hier ist zu. Ah, okay, ist offen, aber das Auto hat ein bisschen blöd geparkt vor diesem verdammten Friedhof. Tatsächlich, die Dinger werden noch mit der Kurbel angetrieben. Ja, ich glaube, der ist leer, wie schon in dem Brief geschrieben. Out of Benzin. Okay, alles mit Bretter verschlagen. Achso, ich wollte eigentlich... Ah, okay. Ich dachte, das wäre so eine Schiebetür. Hallo. Ich bin's. Der Pay. Das ist eine Batterie, oder? Ist das jetzt so ein... Was ist das? Keine Ahnung. Eine Kiste? Ist da Benzin drin? Oder... Chemikalientransport. Gefahr. Höchst ätzend, höchst entzündlich. So, haben wir das auch mal gemacht. Ist ja zu. Fluteinbruch, Notabschaltung in Kraft. Das hatten wir doch schon mal. Kann man hier gar nicht drücken? Moment mal. Nein. Nein. Was ist das denn? Ist das wirklich die Batterie? Oh. Ich hatte es doch eigentlich fast. Ja, ja. Super. Das wird noch etwas dauern. Ihr könnt es ja überspringen. Läuft das schon? Was blöd ist, das hängt. Ah, okay. Hm. Ach, das kann man auch irgendwie drehen, oder? Oh. Das wollte ich jetzt gar nicht. Na, komm. So. Nein. So. So sieht das schon besser aus. Können wir eigentlich hier hoch? Nee. Wir versuchen es einfach noch mal. Einmal haben sie herzliche Schwung. Hm. Muss da noch was rein? Wahrscheinlich, oder? Wir müssen das doch bestimmt noch befüllen. Aber womit und wo und warum? Dann könnten wir nämlich hier durch, durch das Tor gehen. Moment. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Was steht? Kein Werk, äh, Werk, Werkszugang für fremde. Anmeldungen beim Pförtnerhaus. Hm. Da hinten stand, stand da nicht auch noch irgendwas? Hier ist zu. Boykott. Weg mit dem Schweinegestank von unseren Straßen. Mendels Fabrik muss schließen. Was? Das ist ja, das ist, das finde ich aber nicht gut. Hier ist nichts. Da waren wir übrigens. Da sind wir eben langgegangen. Äh. Ja. Aber wir haben auch gar kein Inventar in dem Sinne. Wir können ja gar nichts richtig mitnehmen, glaube ich. Wir könnten höchstens hier so auf Fässer. Nee, noch nicht mal das lassen die uns. Schweinerei. Hier ist noch ein Fass. Ein Fass, das fasse ich nicht. Ja, okay. Will er mal rein? Warum ist denn hier alles verschlossen? Hm. Gut, dass wir unsere Lampe dabei haben. Ohne die wären wir ganz schön verloren hier. Ah, hier. Mendels Co. Fleischverarbeitungsfirma. Gegründet 1828. Toll. Kommen wir in unsere eigene Firma nicht rein. Da hinten ist noch so ein Auto. Aber das muss doch eigentlich jetzt. Das muss doch klappen. Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, was wir hier gemacht haben. Kann man hier nicht irgendwo drauf? Wee. 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 Nee. Nö, nö. Hm. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit am Auto stecken bleiben. Wir können das noch nicht nochmal rausnehmen. Das ist doch voll richtig hier. Hier ist alles zu. Hier ist der Friedhof. Und... Äh. 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 Ich gehe jetzt nur das zweite Mal hier meinen Kreis ab. Ey, wer ist denn da hinten? Ja, wo denn? Mann. Hm. Ja, ich tue das nochmal raus. Oh. Nee, hier soll man aber, glaube ich, gar nicht hin. Ein sehr komplex aufgebautes Fahrzeug auf jeden Fall. Tja. Ach, das war bestimmt falsch rum, oder? Nein. Sollst du da rein? Ja, jetzt. Ja. Hm. Ja. Ja. Ich stehe irgendwie blöd hier. Äh. Mach ich mal. So. Oh, nö. Mann. Jetzt geht doch an. Super. Wenn ich jetzt wüsste, was die richtige Seite wäre. Aber das war doch richtig so, oder nicht? Hm. Oh, na. Der ist wieder gerade. Wir sehen. os. Astronaut 52. ambeld. 遊. Ich denke. Untertitelung des ZDF, 2020